Du! Du! Äh! Okay! Ja! Genau du! Du kannst mitmachen! Genau du! 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 Du, der das Video sagt! Du kannst in Roblox meinen Freund nennen und in also unter dem Video ihren Roblox haben in den Kommentaren schreiben und sagen in welchem Video er mitmachen muss in so ein Video also voll ausmessigt das hier das ist sie in den Kommentaren dann haben wir noch mit Master zur Verfügung steht einmal das hier einmal einmal Affine einmal und dann und dann noch noch ein smile und dann kann man halt sich noch was aussuchen was mit Tom zu tun hat der erste der erste dann macht und dann warum er gerne in mein Video mitkommen will also der dann in mein Video oder nicht der kommt in ein neues Video auf meinen Youtube-Kanal schreibt und und ja alles kann man filmen was mit Thomas zu tun hat alles ja Videos machen ich nicht ok ja der erste der in den Kommentaren schreibt was er im Messer mitfgm oder also im Messer mitfgm und sein dann können wir uns und dann ja können wir zusammen spielen und das kommt auch von mir ich würde gerne